So, liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Wir sind hier in einem Mini-Dungeon und zwar auf dem Mond. Hä? Was schlabert der Mann? Ja, ihr seht auch, uns fehlen ein paar Masken. Damit ihr versteht, was es damit auf sich hat, solltet ihr entweder diesen Part hier zu Ende gucken oder den letzten Part gucken, wo wir nämlich schon den ersten Mini-Dungeon auf dem Mond gemacht haben. Ja, wir sind in Goats Mini-Dungeon und dementsprechend müssen wir auch... Müssen wir jetzt auch etwas machen, was wir in Goats Tempel gemacht haben. Als Corona-Rollen. Oh Gott, ist das schwer. Das wird ekelhaft. Äh, ja. Danke, Kamera. Hat super funktioniert. Äh, das ist der Mini-Dungeon, den die meisten hassen. Und tatsächlich, glaube ich, werde ich ihn auch hassen, weil mir fällt gerade auf, dass der im N64-Teil zwar easy ist, aber nicht im 3DS-Teil. Die Kamera, die spielt auch sehr schön mit. Muss ich jetzt einfach mal dazu sagen, ne? Das wäre am schönsten eigentlich. Äh, das bringt nichts. Die Kamera, die dreht sich nicht mit. Ja. Okay. Das wird... Puh. Das könnte sehr interessant werden. Wenigstens verlieren wir kein Leben, wenn wir runterfallen. Wäre noch schöner. Also im N64-Teil ist es übrigens so, wenn wir... Danke fürs Abbouncen. Äh, im N64-Teil ist es so, wir können in eine Richtung gedrückt halten. Und dann rollt der Corona einfach wirklich perfekt gerade aus. Funktioniert hier nicht. Unter anderem auch einfach deswegen, weil ich gar nicht, äh, perfekt in eine Richtung drücken kann. Okay. Stopp. So. Wieso stoppe ich hier? Ganz einfach, weil hier das Herzteil ist. Äh. Da ist der Anfang. Ne, warte mal. Darüber ist richtig. Haha, ich hab dich platt gemacht. Ne, da ist richtig. Ich lauf einmal kurz hier lang. Dü, 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 dü. Äh. Ne, von da aus würde ich kommen. Da ist auf jeden Fall der richtige Weg zum Kind. Also zu Gott. Dann. Da ist der Rückweg. Dann muss ich ja da rüber. Wir wollen übrigens nicht die Augen berühren. Die Augen schicken uns nämlich zurück zum Anfang. Oder ist hier das Kind? Hier ist das Kind. Okay, ne, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen tatsächlich erst mal... Das wird nix. Ach ne, warte mal. Eisphysik, das hat funktioniert. Äh. Okay. Wo wollen wir lang? Dann müssen wir wahrscheinlich da rüber zum... Herzteil. Vielleicht hier lang? Hier müssen wir mal ne Kurve machen. Uh. Oh, das hat aber gerade so funktioniert. Gut. Versuchen wir es so. Und... Das funktioniert nicht. Aber wenigstens dürfen wir von hier aus immer anfangen. Leute, das ist ne kluge Idee, bis hier hin zu machen und dann einmal durch die Tür zu gehen, um... ...wieder... ...den Weg zu finden. Äh. Okay. Also, wir wissen, das hat ja schon mal mehr oder weniger geklappt, ne? Wir müssen nur ein bisschen steiler die Kurve nehmen. Dann funktioniert das. Ja, wir müssen diesen Parcours schaffen. Kurve kriegen, Kurve kriegen, Kurve kriegen. Gerade, gerade, gerade. Hui. 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 Okay. Bouncen. Hui. Nicht abrutschen. Oh nein. Höh. Ah, Leute, glaubt mir. Es ist ein bisschen komplizierter, als es aussieht. Höhle, die Waldfee. Jetzt wäre ich fast wieder runtergeknallt. Alter, im letzten Moment hat er die Stacheln ausgefahren. Die Stacheln muss er übrigens ausfahren, weil ansonsten schafft man nicht diesen Sprung über die Rampen. Das sollte man vielleicht erklären. So, zack. Sehr schön. Hui. Okay. Haben wir das zweite Herzteil auf dem Mond auch schon. Und du hast ein Herzteil gefunden. Hey. So, und jetzt müsste ja theoretisch gesehen, wenn ich jetzt hier runterfalle, müsste ich ja bei der Tür wieder gespawnt werden, ne? Ha, ich hab das Spiel ausgedribbelt. Sehr schön. Haben wir den zweiten Mini-Dungeon auch geschafft. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Ja. Das ist die Sache. Die wollen unglaublich viele Masken. Mehr. So, damit haben wir schon vier Masken abgegeben. Nur an das Kind, ne? An das erste haben wir auch schon zwei abgegeben. Du hast den Kind mit Gurtmaske auf dem... Du hast den Kind... Darf ich dir eine Frage stellen? Was macht dich glücklich? Ich frage mich, was dich glücklich macht. Macht es andere auch glücklich? Oh, da werden wir wieder philosophisch. Oh ja, was macht einen glücklich? Keine Ahnung. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Mini-Dungeon. Und dafür rüsten wir einfach mal die Zora-Schuppen aus. Ja, ja. Es werden immer weniger Masken. Oh, das wird so eklig, diese... Diese Rahmen dafür zu erstellen, ne? So. Georg, bleib mal stehen, bitte. Schönes Wetter findest du nicht auch? Masken. Du hast viele davon. Bist du auch? Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken. Gib mir welche. Ja, und der möchte schon drei Masken. Mehr. Mehr. Er ist ganz schön gierig. Danke. Du bist ein netter Kerl. Oder etwa doch nicht? Verstecken. Lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich. Ja. Und diesen Mini-Dungeon hasse ich wie die Pest. Denn... Das ist ein Labyrinth. Wir müssen hier durchschwimmen. Und den richtigen Weg finden. Und das innerhalb der Zeit. Seht ihr? Schalter wird aktiviert. Tor öffnet sich. Durch die Tür müssen wir durch, um zum Kind zu kommen. Aber was ist der richtige Weg? Ja, das ist eine Frage. Die ich nicht beantworten kann. Ist es hier? Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Könnte sein. Nächste Tür. Okay. Also wir sind jetzt als erstes links. Dann gehen wir jetzt... Nochmal links. Wird schon funktionieren. Und ihr seht, was ich meine mit... Das könnte ziemlich eklig werden. Oh. Oh, das war richtig? Oh. Und... Neustart. Okay. Das ist nämlich auch die Sache. Man muss nämlich auch runter in die Dings. Also man muss die Türen auch treffen. Okay. Also ich habe wirklich absolut keinen blassen Schimmer, was die richtige Reihenfolge ist. Ich glaube, da wo die Fische sind, da musst du durch. Die Frage ist dann nur, wo zur Hölle ist dann denn... Bitteschön, äh... Das hat super funktioniert. Danke fürs Hochziehen. Wo ist denn der Weg zum Herzteil? Dann gehen wir einfach mal den Weg, wo keine Fische sind. Wie gesagt, ich meine, es ist tatsächlich so, wo die Fische sind, da ist der richtige Weg. Also nicht hier. Ah. Okay. Die sagen uns ohne die Maske der Wahrheit nix. Okay. Also muss man einfach nur immer den richtigen Weg auswählen, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Hui. Das könnte lustig werden. Au. Das könnte echt lustig werden. Hallo. Äh. Mann. Die Steuerung mit Sora Link, das ist echt ne Sache. Du, 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 du. Und ja, man muss hier übrigens mit der Magie die ganze Zeit schwimmen. Ansonsten reicht die Zeit nämlich tatsächlich nicht. Ich glaube, das größte Problem wird nicht den richtigen Weg finden. Das größte Problem wird für mich durch das Tor zu springen, ne? Ich glaube schon. So. So. Das hat funktioniert. Zwar knapp, aber es hat funktioniert. Gut. Dann. Das nächste. Gucken wir mal, wo die Fische sind und gehen nicht da lang, wo die Fische sind. Was? Ja. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Au. Wir gehen nicht da lang, wo die Fische sind. Habe ich gesagt. Also gehen wir als erstes komplett links. Ich hoffe, das ist richtig. Wir wollen ja das Herzteil, wie gesagt. Und das Herzteil ist halt irgendwo. Das war zu früh. Und das war aber auch der falsche Weg. Da war ein Mythenstein. Okay. Also machen wir jetzt links Mitte. In der Hoffnung, dass da dann das Herzteil ist. Und das ist übrigens der Grund, wieso ich diesen Mini-Dungeon am meisten hasse. Es kann ewig dauern, hier durchzukommen. Es kann aber auch relativ schnell gehen. Je nachdem, wie gut man mit der Steuerung ist als Sora Link. Ich bin scheiße in der Steuerung als Sora Link. Dementsprechend könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr mindestens die fünf Parts braucht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich wirklich nicht. Habe ich echt keine Lust drauf. Au. Hallo. Jetzt hat er fünf Stunden gebraucht, um überhaupt den Sora Link wieder zu aktivieren. So, Mitte. Ja. Auch falsch. Okay. Okay. Also müssen wir links. Rechts. Links, rechts. Das ist ja easy. Vorausgesetzt, ich treffe die Tore, ne? Gott. So. Zumindest verliert man kein Leben hier. Oder zumindest nicht, wenn man den falschen Weg nimmt, ne? Das war schon wieder knapper als es sollte. So. Das hat funktioniert. Ja, wir wissen, dass das Tor aufgeht, wenn wir den Schalter anmachen. Dann jetzt nach rechts. Okay. Au. Ich hatte gerade kurze Panik, dass ich ihn nicht treffe. So. Gott sei Dank. Ich dachte, ich wäre zu früh gesprungen. So. Nächstes Rätsel. Das sieht mir fast schon wie das finale Tor aus. Uh. Oben? Oben ist richtig. Das ist doof. Hm. Okay. Ich wurde verarscht. Ganz knapp durch. Okay. Hier ist richtig. Ähm. Diese Maske. Nimm sie ab. Nö. Uuuh. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen mit ihm sprechen. Du hast mich gefunden. Ey. Ich brauche mehr Masken. Aber warte mal, wenn ich jetzt wieder rausgeschickt werde, dann komme ich auch nicht mehr hier rein, weil das Kind mit der Maske... Gehst du zurück? Ja. Okay. Zumindest können wir so nochmal durchstarten. Das ist ja jetzt blöd. Das ist jetzt wirklich blöd. Aber da ist es. Da ist das Kind mit der Georg-Maske. Sollen wir nochmal spielen? Verstecken. Lass uns anfangen. Oh Mann. Ich mag diesen Mini-Dungeon nicht. Ich hasse solche Rätsel. Das sage ich ganz ehrlich. Wenn man es in- und auswendig kennt, ist das kein Ding. Ich konnte es mal auswendig auf dem N64, aber... Glaubt man nicht, dass ich es jetzt noch kann. So. Hoffentlich ändert sich das auch nicht. So. Links. Dann müssen wir rechts. Hoch dürfen wir dann beim dritten nicht. Sondern wir müssen... Einen anderen Weg nehmen. Das Blöde ist, wir starten halt immer wieder komplett von vorne, ne? Naja. Gut. Unsere Hauptaufgabe ist ja erstmal eh das Herzteil zu finden. Denn mit dem Kind zu spielen, wie gesagt, sobald wir die Masken abgeben dem Kind, dann ist es weg. Dann ist es nicht mehr oben auf dem Mond und wir können diesen Raum hier nicht mehr... Diesen Mini-Dungeon nicht mehr betreten. Das ist das Problem. So. Zack. Ne, von da... Da kommen wir nicht weiter. So. Also jetzt nicht nach oben schwimmen, sondern wir versuchen die Mitte. Klingt fair? Ich denke schon. Mitte. Gucken. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mit einiger Übung sollte das eigentlich kein Ding sein. So. Nein, das war... Nein, 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 nein. Oh. Da ist das Herzteil. Nein. Nein. Verdammt. Ja gut, wir wissen zumindest den Weg jetzt. Beim dritten Mal in die Mitte. Wieso bin ich zurückgesprungen? Ich bin so ein Dödel, ne? Ich war schon auf der Plattform, aber musste... Ja, ich hab... Ich hab das Herzteil zu spät gesehen, es tut mir leid. Ich dachte wirklich, es wär eine Sackgasse. War es, aber nicht. Au. Meine Nase. Ja, der musste jetzt nochmal sein. So. Ach ja. Toller Mini-Dungeon. Toller Mini-Dungeon. So. Nein, nicht ins Gesicht. Äh, nicht gegen die Wand, meinte ich. Nicht das Gesicht gegen die Wand drücken. So. Rechts. Ach ja. Der letzte Mini-Dungeon ist aber relativ easy. Relativ. Das war knapper, als es sein sollte. So. Auf geht's. Ab in die Mitte. Das Herzteil einkassieren und dann den ganzen Weg nochmal. Höh. Und dann hoffen, dass man... Dings trifft. So. Das Problem ist, man muss auch unbedingt Magie bis dahin behalten, weil... Hat man dann keine Magie mehr, kommt man da auch nicht mehr hoch. Weil man nicht mehr so schnell schwimmen kann. So. Vorletztes Herzteil des Spiels. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch zum Kind kommen und wieder unsere Masken abgeben. Toll. Aber wir kennen jetzt den Weg. Aber gut zu wissen, ihr wisst jetzt auch, wie der Weg ist. Ne? Links, rechts, Mitte. Herzteil, links, rechts, oben, Kind. So. Jetzt ist nur die Frage, ob ich auch dreimal hintereinander tatsächlich... Ne, viermal hintereinander muss ich ja sogar das Tor treffen. Alter Schwede. So. Das hat schon mal gut funktioniert. Zack. Hallo. Gutz. Na toll, jetzt habe ich was im Auge. Ach ja. So. Au. Ach, rechts. Dumbi, 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 dum. Okay. Den Krug habe ich gekonnt, ignoriert, wie es aussieht. Hoch da, rein da. Perfekt. So. Jetzt noch mal Magie auffüllen. Oh Gott. Ich dachte gerade wirklich, kurzzeitig bin ich am Schalter vorbei. Man kann hier übrigens auch nicht zurückschwimmen, ne? Es gibt eine Strömung. Das ist, denke ich mal, noch ganz wichtig zu wissen. Also die Strömung ist tatsächlich auf dem N64-Teil auch deutlich stärker als hier. Ich glaube, hier haben sie sogar ein bisschen... Das war knapp. Ich habe ein bisschen genervt, weil ich glaube, auf dem N64-Teil... Wir waren nicht schnell genug, kann das sein. Ich habe gerade nur ein Döding gehört und... Ich war wirklich der Meinung, dass hinter dieser Plattform noch ein Schalter kommt, aber kam nicht. Gut, also das Ganze noch mal von vorne, weil wir haben es ja noch nicht oft genug gesehen. Und deswegen hasse ich das übrigens, diesen Mini-Dungeon. Ich denke mal, den werden viele hassen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welchen von diesen Mini-Dungeons ihr am wenigsten gemocht habt. Also bei mir ist es definitiv der hier. Wie gesagt, der Goronen-Dungeon, der kann auch ziemlich nervig sein, aber ich finde den nicht so furchtbar wie den hier. Vor allem, wenn sowas passiert. So. Jetzt noch einmal nach rechts. Und das Schlimme ist, wir waren ja schon mal bei dem Kind, ne? Wir mussten nur noch mal zurück, weil wir das Herzteil nicht hatten. Und jetzt das dritte und letzte Mal. Hoffentlich. Ich werde es mir allerdings diesmal ein bisschen leichter machen. Senkst du dich bitte ab? So. Ja. Das Tor geht auf. Und gleich durch. Zack. Gott. Wieso wurden wir gerade so extrem schnell? So. Nicht den Sprung verkacken. Schnell hier durch. Im letzten Moment. Im letzten Moment. Du hast mich gefunden. Ey, ich brauche mehr Masken. Ja, du brauchst mehr Masken vor allem. So. Mehr. Mehr. Danke schön. Du bist nett. Das Spiel der Maskierten 2. Drei sogar. Du hast dem Kind mit der Georg-Maske auf dem Mond sechs Masken gegeben und mit ihm verstecken gespielt. Darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig wahre. Was mag das wohl sein? Ich frage mich, wenn du das einzig Richtige machst. Macht das wirklich alle zufrieden? Sei nicht so philosophisch. Ach ja. Und damit bleibt nur noch ein Mini-Dungeon über. Und den werden wir definitiv im nächsten Part machen. Zusammen mit dem letzten Boss-Fight. Mit der letzten Maske. Ja. Ich werde den Boss-Fight mit der letzten Maske beschreiten. Einfach aus einem ganz gewissen Grund. Wir haben alle Herzzahle. Wir haben alle Masken. Ich glaube, das darf ich mir gönnen, dass ich den letzten Boss-Fight nicht auf die schwere Art machen muss, oder? Nee. Mach ich nicht. Ja gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Tag. Äh, auf den nächsten Tag. Auf den nächsten Part. Da werden wir den letzten Mini-Dungeon machen. Und wie gesagt, dann Majora's Mask bekämpfen. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Und ich sag tschüss und bis dann irgendwann. Euer Ranchi. Bye.